Hallo Bands und Fans! Mein Name ist Klaus Forster vom Proberaumzentrum Stuttgart. Als ich vom Heckengäu Band Contest erfahren habe, bat mich die Veranstalterin Margot Rosenberger von Pantolactic Records, ob ich einen Preis für die Bands stifte. Was ich gerne gemacht habe, weil es meine Vision ist, dass 2022 die erfolgreichsten deutschen Bands aus Stuttgart kommen. Als Preis gibt es ein komplettes Probewochenende hier im Live Music Club vom Proberaumzentrum Stuttgart für die Band, die den dritten Platz belegt. Dort habt ihr auch die Möglichkeit, eure Probe mit aufzunehmen. Zusätzlich wird euch der Bandcoach und Gitarrist der Band Daedalos Robin Rosenberger unterstützen, damit die Probe so effektiv wie möglich über die Bühne geht. Bei uns im Proberaumzentrum haben schon hunderte von Bands geprobt und sich auf ihre Auftritte vorbereitet. Zum Beispiel Grow, Die Orsons, Timo Hauer, Kolchose, Kahira, Die Band 13, Watch This, Coronatus, Chagabites und viele andere mehr. Sie haben hier alle ihre Live-Performance optimiert. Diese Möglichkeit möchte ich euch auch bieten, damit ihr die großen Bühnen der Welt erobert. Ich drücke euch die Daumen und freue mich auf euch auf ein Probewochenende im Live Music Club. Allen Fans wünsche ich viel Spaß bei guter Newcomer-Musik und einen richtig spannenden Band-Contest. Klaus Forster vom Proberaumzentrum Stuttgart